Hallo und herzlich willkommen beim Video-Tutorial zur Mitarbeit in der Wikipedia. In dieser Folge geht es um die verschiedenen Möglichkeiten, Änderungen an Wikipedia-Artikeln zu verfolgen. Ein wichtiger Grund für die Sicherung und Steigerung der Qualität der Wikipedia ist die Tatsache, dass alle Änderungen, die in Wikipedia eingetragen werden, einzeln nachvollziehbar sind und im Zweifel leicht und einfach rückgängig gemacht werden können. Bei jeder Änderung eines Artikels wird automatisch eine vollständig neue Version angelegt und zusammen mit dem Benutzernamen bzw. der Internetadresse des Bearbeiters gespeichert. Die Versionsgeschichte eines Artikels spiegelt so alle Bearbeitungsschritte von der Erstellung bis heute wieder und ermöglicht es dadurch, den gesamten Entstehungsprozess nachzuvollziehen. Schauen wir uns doch mal an, wie es funktioniert. Im Artikel Vokalmusik möchte ich eine kleine Änderung eintragen und auf den traditionellen korsischen Pacgella-Gesang verweisen. Ich bearbeite den Text, trage meine Änderung ein, füge noch einen Kommentar hinzu und speichere die Seite ab. Nun schauen wir uns die sogenannte Versionsgeschichte an. Die Versionsgeschichte ist eine Art Protokoll aller Änderungen. Die Seite zeigt standardmäßig eine Liste der letzten 50 Änderungen an diesem Artikel. Die oberste Zeile zeigt die ganz aktuelle Version. Auf den ersten Blick wirkt die Liste etwas unübersichtlich. Deshalb schauen wir uns mal die wichtigsten Elemente eines solchen Eintrags im Detail an. Durch die Markierung der zwei runden Schaltflächen kann man sich die Unterschiede zwischen zwei verschiedenen Versionen anzeigen lassen. Standardmäßig ist immer die aktuelle und die vorhergehende Version markiert. Die nächste Information zeigt die Uhrzeit und das Datum der Bearbeitung an, gefolgt vom Namen des jeweiligen Bearbeiters. Datum und Name sind links. Mit einem Klick auf das Datum kannst du die Version des Artikels anzeigen, bis hin zur allerersten Version. Auch der Name ist ein Link und führt zur Benutzerseite des Autors, auf der du mehr Informationen über ihn findest. Über den Link Diskussion kommst du zur Diskussionsseite des Autors, auf der du ihm eine Nachricht hinterlassen kannst. Kursiv in Klammern folgt der Kommentar des Autors mit einer Erklärung zu seiner Bearbeitung. Etwas Besonderes ist der letzte Link namens Rückgängig. Er bietet die Möglichkeit, mit nur einem Klick die letzte Änderung rückgängig zu machen und wieder den Zustand vor der Bearbeitung herzustellen. Damit ist es kinderleicht, falsche oder destruktive Änderungen sofort wieder zurückzusetzen. Vergleiche ich die aktuelle Version des Artikels mit der vorherigen Version, werden die Unterschiede zwischen den beiden Versionen direkt gegenübergestellt. Man nennt dies einen Diff. Die Zeilenangabe erleichtert die Orientierung im Artikel. Die linke Seite zeigt die ältere, die rechte die neuere Version. Veränderungen innerhalb einer Textpassage werden rot und fett hervorgehoben. Rot dargestellte Passagen kennzeichnen auf der linken Seite Streichungen bzw. auf der rechten Seite neu hinzugefügte Passagen. Die Versionsgeschichte zeigt alle Änderungen eines einzelnen Artikels an. Ein viel mächtigeres Werkzeug ist die Seite Letzte Änderungen, denn sie zeigt Änderungen an allen Artikeln in chronologischer Reihenfolge an. Obwohl seit unserer Bearbeitung erst wenige Sekunden vergangen sind, wurden inzwischen weitere Änderungen vorgenommen. Auch hier können wir uns wieder die Unterschiede zwischen den Versionen anzeigen lassen. In ihrer Mächtigkeit ist die Seite Letzte Änderungen allerdings schlecht zu überschauen für den Einzelnen. Für angemeldete Benutzer steht daher eine sogenannte Beobachtungsliste zur Verfügung. Hier kannst du alle Änderungen an den von dir beobachteten Artikeln verfolgen. Um Artikel in diese Liste aufzunehmen, kannst du sie durch einen Klick auf den Stern über dem Artikel auswählen. Zusätzlich kannst du in deinen persönlichen Einstellungen aber auch festlegen, dass alle von dir bearbeiteten Artikel automatisch in deine Beobachtungsliste aufgenommen werden. Wie du siehst, werden Änderungen an einer ganzen Reihe von Stellen in Wikipedia nachgehalten. Sollte jemand eine Bearbeitung vornehmen, bekommen das also potenziell viele Leute mit und können entsprechend darauf reagieren. Weitere Informationen zu diesen Übersichten findest du unter dem unten angegebenen Links auf Wikipedia. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!